weiter geht's P-O-L-N-G das war das Platz für Level 45 an der wir stehen geblieben sind jawoll und ich will das Spiel in dieser Aufnahme jetzt fertig haben da war grad ein 5 Euro Schein den musste ich in Sicherheit bringen bevor er irgendeiner mitnimmt also der war da direkt neben mein Mauspad und den wollte ich grad ein bisschen ja den wollte ich aufräumen quasi und da wäre ich fast drauf gegangen und jetzt war grad ach Java und jetzt war da grad ähm Java Updates und vorher war noch ne äh ne Obstfliege vor meiner Face ja die haben mich alle abgelenkt oh Gott wie sollen wir das denn wegkriegen only Chuck Norris can beat this ha 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 ach ich ist klar ich weich da aus mhm so jetzt da zack jetzt aber naja naja immerhin ist es dieses seitliche Teil weg jetzt wird's schwierig jetzt müssen wir die vier Teile hier wegkriegen ich sag immer Teile dabei sind's Bricks boah jetzt muss ich innerlich rülpsen he 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 oh Gott oh Gott oh Gott jesus ja 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 gut jetzt müssen wir nur noch das oh man ich bin zu saufgekrieg morgen habe ich Bundeswehr ja wie geht's los bei mir erster Arbeitstag bin ich schon nervös jetzt ist gerade 19 Uhr 17 ja und ich bin aufgeregt ich muss noch Star Wars hochladen das ist bei mir noch ganz fertig hochgeladen das habe ich abgebrochen weil es zu viel Aufnahmeprobleme gab bei diesem Let's Play äh Team Fortress wäre auch nicht schlecht wenn ich noch eins hochladen würde muss mal schauen wenn ich noch Zeit habe werde ich das machen oh jo das war knapp äh was noch ähm Yu-Gi-Oh lade ich jetzt momentan keinen hoch da werdet ihr am Samstag eins da werde ich am Samstag wieder ein paar am Stück hochladen oder am Freitag je nachdem wie ich Zeit habe äh ja ähm was noch welche Projekte habe ich jetzt noch offen ähm Yu-Gi-Oh habe ich ah ja Minecraft genau ich weiß noch ob ich heute noch Minecraft starten werde wäre aber eigentlich besser wenn ich es am Samstag starten würde aber ich habe jetzt so Lust auf Minecraft aber es wäre besser wenn ich es am äh äh ja Freitag vielleicht starten würde hm ich muss ich noch nachdenken ob ich es vielleicht heute oder am Freitag aber Freitag wäre besser müsst ihr halt länger warten auf das aber ja könnt ihr ja da mal andere Minecraft-Lets-Plays anschauen oder so wie was weiß ich jetzt aber jetzt geht es doch weg ihr zwei nervtötenden Teile äh ich habe ein neues Wort gelernt nervtötend gleich lehre ich noch ein Wort und zwar Kevinesisch in der Kevinesicher Ausraste und heißt so viel wie ähm zensiert jahre Ich wette, es dauert jetzt so drei Parts, bis wir den Ball in die richtige Position finden. Dann dauert es doch zwei weitere Parts, bis wir einen Stein und dann nochmal zwei, bis wir den letzten Stein treffen. Das ist ja langweilig. Na gut, es ist nur einer, es ist nur noch zwei Parts. Hehehe. Oh man. Oh man, was machst du mit mir? Spiel. Oh man. Lass es am nebenzu etwas laufen oder so. Irgendein anderes Let's Play, bis ich das hab. Weil das dauert jetzt, glaub ich. Jesus. Muss ja nicht von mir sein, kann auch von Gwang sein. Hehehe. Oh Gott. Oh man. Naja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ne, ich hab nicht mehr viel Zeit. In fünf Stunden muss ich pennen und ich muss noch sehr viel YouTube-mäßiges machen. Hm. Jetzt aber. Oh. Ich glaub, das schaffen wir nicht in diesem Part. Hehehe. Hurra. Bewegt er sich wenigstens ein bisschen. Ich glaub nicht. Zack. Zack. Jetzt mal Seitenwechsel. Vielleicht kann ich's irgendwie... Vielleicht find ich den Winkel durch Zufall. So vielleicht. Und dann so. Ja. Ja. Bohre. Leucht. Aber ich wette, da gibt's einen Haken bei dem Level. Irgendwo. Sind da versteckte Teile drin? Wo sind die versteckten Teile? Irgendwo. Aha. Ja, ich hab's gewusst. Jawoll. Ich bin so klug. Obwohl ich Hauptschüler war. Hehehe. Aber ich war mit Gymnasium. Aber ich bin Hauptschüler eigentlich. Also ich war... Och, wer geht denn da jetzt on? Ich muss mal ICQ beenden, ey. Warte, ich mach mal kurz Pause und beende ICQ. So. Jetzt seht's meine ICQ-Freunde. Ja, das steht's morgen. Bundeswehr ist klar. Äh, so. Und dann so. Hey. Ich bin doch ganz unglücklich. 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 Ja, wir sind ja ganz offen, ne? Ich rede über... Ich rede ja über alles, was bei mir so abgeht. Also ich bin nicht so einer, der wo... versucht, privatmäßig nix zu sagen. Nein, nein, so einer bin ich nicht. Ich sag alles, was ich grad Bock hab. Uah! Ja, uah! Zum Beispiel. Oder... Uah! Jetzt ein Schießteil wär'n Traum. Die hätten mehr Schießteile in das Spiel einbauen können sollen. Ach, diese Obstfliege! Die sind bei mir in Horden irgendwo. Bei mir muss irgendwo ein, äh... Irgendwo was Vergammeltes sein oder so. Oh, man! Oder irgendwo, wo sie sich paaren. Paaren sie sich im Rockstar? Ich hab da neben... Ich hab da neben... Ich hab da neben meinem PC einen Rockstar. Können es sein, dass sie sich da paaren? Wär... Wär gar nicht so... Verkehrs. Also, ich bin kein Junkie, ne? Also, kein PC-Freak, so. Also, ich bin halt so ein Freak, der, äh... Der sich nur mit Fast-Food-Folk leistert und so, und, äh... Und ja, so dick ist und so, wie in der World of Warcraft-Southpack-Folge. Nein, nein, so einer bin ich nicht, ne? Ich bin ein ganz normaler... Okay. Ganz normaler halt. Nichts besonders bei mir. Oh! Diese Verstickten! Jetzt mach ich einen Pieps da rein. Dinger. Jetzt aber... Geh weg! Oh, man! Ach, da ist noch eins. Hier muss ich aufpassen, hier sind bestimmt sehr viele Verstickte. Am besten lasse ich die, gehe ich da jetzt immer da, wo der Ball hinkullert. also das pets meine ich auch diese zwei scheiße scheiße teile scheiße teile so jetzt mal als italiener ja pizzeria para pistácie wollte nur sagen pizza kommt etwas später Kennst du Marco Fono? Also da schaue ich sehr gerne, ey, was heißt hier schauen? Ich höre da gerne so Clips an auf YouTube. Catch. Fisch was? Also ich schaue da immer gerne so Clips an auf YouTube, während ich Minecraft spiele, so Marco Fono. Das ist so eine Internetseite, da kann man irgendwo anrufen und das sind so vorgegebene Sprüche, die man dann sagen kann. Und da muss man sie einfach anklicken, wenn zum Beispiel sagt, der wo angerufen wird, wenn der zum Beispiel sagt, hallo, kann man so, gibt es da so vorgegeben Dialoge, die man, kann man, davon kann man, davon kann man halt eins auswählen, wie zum Beispiel eins, ja, Pizzalie, Bella, Pistazi, wollt ihr sagen, Pizza kommt etwas später und sowas, ne. Da gibt es also sehr viele andere auch, da gibt es zum Beispiel so einen, der was bei Ebay gekauft hat, so einen Computer oder einer, der im Müll rumwürt. Das ist ganz witzig, ich müsste mal YouTube anschauen, wenn es, wenn ihr euch für sowas interessiert. Und bei Minecraft, also Minecraft spielen, bockt sich, also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr Minecraft spielen, äh, abspielen sollt, dann, ja, schaut euch mal sowas an, das ist echt, lol. Hä, was ist der Feuerball, der oder der? Ach, das macht er an diesem Pad, an diesem großen Pad, man kommt dann ja ganz mit diesen Dingen an der Seite, also ab, hier geht es nicht mehr weiter. Wär es kleiner, könnte ich dieses Randteil weiter, äh, reintun, also, ja. Ah, jetzt haben wir dieses. Yeah. I love it. I love it. Zack. Jetzt noch da, jawoll. Jetzt kriegt man da noch einen durch, jawoll. Wie sind's, acht. Der ist aber der schwerste. Aber leichter ist die von dem vorletzten, oder, was ist das vorletzte Level? Ja, vorletzten, das war ja, das letzte war ja das mit diesen Versteckten, ne. Ach, diese Obstfliege, die regt mich fett auf. Ich würde, am liebsten, am liebsten würde ich alle Insekten der Welt, ähm, am liebsten würde ich alle Insekten der Welt in den Beutel tun, im Beutel zuschnüren, so dass da keiner mehr raustut, und ihn übers Lagerfeuer halten, damit die langsam krepieren. Das würde ich mit jeden Insekten Wettmachen Das wäre gar nicht möglich Weil alle Insekten passen natürlich nicht in einem Beutel Da bräuchte man LKW Ladungen Oder Schiffsladungen Vielleicht zu viele Insekten gibt es Die sind ja überall In Weltern In Gärten Überall Diese Obstpflege Riecht mich auf Du Obstpflege Du Deswegen Wir leben zum Glück Nicht so lange Ich habe mich Im Internet erkundigt Die leben nur zwei Tage Aber vermehren sich Und legen 30 Eier Ja ihr habt richtig gehört 30 Eier legt Eine Obstpflege So eine reinste Vermehrungs Äh Tierart Jawoll Gigi Gigi Seepferdchen Süß Süß Das ist nicht süß hier Und das ist auch nicht süß Oh man Gigi So Level 48 So Level 48 Hä Cheers Am besten bleibe ich mal Auf der Seite Weil hier da durchzukommen Ist sehr schwierig Riech Ich hatte einen Powerball Zack So und jetzt haben wir ein Metallteil weg Aber wir haben noch ein Pad Das sucks Ein iPad haben wir Und jetzt haben wir ein Mini-iPad Oh das war jetzt Das war jetzt Das war jetzt Cheating Was ich da gemacht habe Für ihr Legbeer Mausch Jesus Ja Naja Naja Gigi Gigi Okay Langsam Und Aufpassen Was ich da tue Nein das habe ich nicht ein Denk nicht mehr dran Sonst haben wir wieder ein Mini-iPad So Okay Was haltet ihr eigentlich von diesen Apple-Geräten So iPod iPhones iPads Oder iPods Ja Was weiß ich Solche Sachen Ich finde also Ich persönlich Bin sehr für diese Geräte Ach komm Jetzt habe ich die rechte Maus dazu gedrückt Egal Auf jeden Fall bin ich sehr für diese Geräte Weil das ist ziemlich cool So iPod-Geräte Ja So richtig cool Ne Aber das Nachteil ist Es ist sehr kostespielig Aber Die gehen dafür nicht leicht kaputt Ich habe mal